Diese Felsen ragen über 1000 Meter in die Höhe und es gibt Menschen auf der Welt, die klettern solche Felsen gerne hoch. Diese Wand ist die berühmteste Kletterroute überhaupt. The Nouse. Das ist immer so geil, weil die Wand dazwischen ist, die durchsaust. Normalerweise brauchen geübte Kletterer drei bis fünf Tage für die Besteigung. Die Huber-Brüder wollen es in zwei Stunden und 30 Minuten schaffen. Es ist der Rekord, dass ein Knüppel hat, das Ding hinzubrechen. Ein Scheitern ist nicht ausgeschossen, aber wenn wir scheitern sollten, dann gebe ich definitiv nicht auf, weil das ist ein Traum und den habe ich mir gesetzt. Ich möchte dieses Limit überschreiten und dann muss ich halt nochmal herfahren. Über den Bergsteigen habe ich Angst, bis es sonst noch nie wie Wahres erlebt. Es sind einfach so Momente, die sind so intensiv durch diese Angst, dass wenn man diese Angst überwunden hat, wenn man das Ganze geschafft hat, dass man halt ganz sicher einen unvergesslichen Moment im Leben gefischt hat. Es kann von mir nie mehr so ein Seilpartner geben, wenn es da Thomas ist. Und das hat natürlich damit zu tun, dass mein Bruder mit denen zusammen aufgewachsen wird. Und die Angst, die wir vor der ganzen Sache an sich haben, die schaltet sich dann genau in diesem Moment aus, wo es da voll rauskippst. Und rein rational musst du ganz einfach sagen, naja, besser darfst du unten im Bund stehen bleiben. Fünf, vier, drei, zwei, eins, und go! Für manche Dinge im Leben muss man einen sehr hohen Preis bezahlen. Man bekommt sie nicht umsonst.